Herzlich willkommen zu einem neuen Review von TopTrends. In diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf den Alco Elektro Fertikutierer CombiCare 38 eComfort. Dieses multifunktionale Gerät verspricht nicht nur ein gründliches Fertikutieren und Lüften deines Rasens, sondern auch einen bequemen und effizienten Einsatz. Mit seinen vielseitigen Funktionen und seinem leistungsstarken Motor ist dieser Fertikutierer eine vielversprechende Lösung für Rasenflächen bis zu 800 Quadratmetern. Lass uns eintauchen und herausfinden, was dieses Gerät zu bieten hat. Bevor wir in die Details eintauchen, lass uns einen Überblick über den Alco Elektro Fertikutierer erhalten. Dieser Fertikutierer ist mit einem leistungsstarken 1300 Watt Motor ausgestattet und bietet eine Arbeitsbreite von 38 Zentimetern. Mit einem Gewicht von 14,3 Kilogramm ist er robust genug, um effektiv zu arbeiten und gleichzeitig leicht genug, um einfach zu handhaben zu sein. Seine multifunktionale Natur ermöglicht es, Lüften, Fertikutieren und Fangen in einem Gerät durchzuführen, was Zeit und Aufwand spart. Aber was bedeuten diese Funktionen genau? Lass es uns herausfinden. Bevor wir weitergehen, werfen wir einen Blick auf die beiden Hauptfunktionen dieses Fertikutierers. Fertikutieren und Lüften Fertikutieren beinhaltet das Anritzen der Grasnarbe mit Stahlmessern, um Moos, Unkraut und Rasenfilz zu entfernen, während die Wurzeln intakt bleiben. Dies ermöglicht es, dem Rasen wieder frei zu atmen und gesünder zu wachsen. Lüften hingegen erfolgt durch das Drücken kleiner Löcher in den Rasen mit Stahlfederzinken, um die Grasnarbe aufzulockern. Auf diese Weise können Regen und Nährstoffe besser in den Rasen eindringen, was zu einem kräftigeren und widerstandsfähigeren Rasen führt. Mit seiner Arbeitsbreite von 38 cm ist dieser Fertikutierer für mittelgroße Rasenflächen bis zu 800 m² geeignet. Die großzügige Arbeitsbreite ermöglicht ein schnelles und effizientes Arbeiten, selbst auf größeren Rasenflächen, während die kompakte Bauweise die Manövrierfähigkeit verbessert. Dies bedeutet weniger Zeit für die Rasenpflege und mehr Zeit, den Rasen zu genießen. Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl eines Fertikutierers ist der Komfort bei der Anwendung. Der Alco-Elektro-Fertikutierer bietet einen ergonomisch geformten Führungsholm und eine ausgewogene Balance, um ein entspanntes Arbeiten zu ermöglichen. Die zentrale fünffache Tiefeneinstellung ermöglicht ein bequemes Wechseln der Arbeitstiefe, während die geringe Größe des Geräts seine Wendigkeit verbessert. Das bedeutet weniger Belastung für den Benutzer und mehr Effizienz bei der Rasenpflege. Der Alco-Elektro-Fertikutierer bietet einen einfachen werkzeuglosen Walzenwechsel von Fertikutieren zu lüften mittels einer Rändelschraube. Durch diese praktische Funktion kannst du schnell zwischen den verschiedenen Rasenpflegeaufgaben wechseln, ohne Zeit mit dem Suchen nach Werkzeug zu verschwenden. Egal ob du Moos, Unkraut oder Rasenfilz entfernen möchtest, dieser Fertikutierer macht es einfach und unkompliziert. Dank seiner multifunktionalen Natur und seiner leistungsstarken Motorleistung ist der Alco-Elektro-Fertikutierer ein äußerst vielseitiges und effizientes Gerät. Mit ihm kannst du verschiedene Aufgaben der Rasenpflege mit einem einzigen Gerät erledigen, was Zeit, Geld und Platz spart. Egal ob du deinen Rasen fertikotieren, lüften oder einfach nur pflegen möchtest, dieser Fertikutierer bietet die nötige Leistung und Vielseitigkeit, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. Der Alco-Elektro-Fertikutierer bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit seinen vielseitigen Funktionen, seiner robusten Bauweise und seinem leistungsstarken Motor ist er eine erschwingliche Lösung für die Rasenpflegebedürfnisse vieler Nutzer. Im Vergleich zu anderen Fertikutierern auf dem Markt bietet er eine hervorragende Leistung zu einem relativ niedrigen Preis, was ihn zu einer attraktiven Option für budgetbewusste Verbraucher macht. Insgesamt bietet der Alco-Elektro-Fertikutierer eine beeindruckende Kombination aus Leistung, Vielseitigkeit und Komfort. Mit seinen multifunktionalen Eigenschaften, seinem leistungsstarken Motor und seiner Benutzerfreundlichkeit ist er eine hervorragende Wahl für jeden, der sein Rasen effektiv und effizient pflegen möchte. Ob du einen kleinen Vorgarten oder eine größere Rasenfläche hast, dieser Fertikutierer bietet die nötige Leistung und Vielseitigkeit, um deine Rasenpflegebedürfnisse zu erfüllen. Bei Amazon erreicht der Alco-Elektro-Fertikutierer KombiCare 38 e-Comfort eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 2.600 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 119 Euro. Das war's mit unserem Video über den Alco-Elektro-Fertikutierer. Du kannst ihn dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung, den Alco-Elektro-Fertikutierer zu kaufen, helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zum Alco-Elektro-Fertikutierer haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal. Huge für Gespräche. Ruhe Vielen Dank.